Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute am Kreativ Donnerstag wird es mal wieder kreativ auf diesem Kanal. Und zwar mit Aquarell, mit Handlettering und einer ganz besonderen 3D-Technik. Wir machen heute Karten und zwar steht ja der Mutter- und auch der Vatertag im Mai vor der Tür. Und es gibt doch nichts Schöneres, als was Selbstgemachtes zu verschenken. Vor allem auch zu verschicken, denn dieses Video ist in Kooperation mit der Deutschen Post. Denn ich möchte euch dazu motivieren, wieder Briefe und Postkarten zu verschicken. Im besten Fall sogar selbstgemacht und dazu gibt es heute in diesem Video einige Inspirationen für euch. Los geht's mit der einfachsten Variante und zwar müsst ihr dazu nicht unbedingt Handlettern können oder schön malen können. Ist natürlich von Vorteil, aber kein Muss. Und ich habe dann einfach den Text zum Muttertag hier schon mal vorgeschrieben und dann mit einem goldenen Stift nachgeschrieben und das Ganze drumherum mit einem Aquarellblumenkranz verziert. So ein ähnliches Tutorial gibt es auch auf meinem Kanal vom letzten Jahr. Ich verlinke euch das mal hier rechts oben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ich finde die Variante super schön, weil Muttertag und Blumen gehören irgendwie zusammen. Und wenn man nicht die Möglichkeit hat, Blumen persönlich zu übergeben, dann kann man sie doch einfach selber malen und per Post verschicken. Die zweite Variante, die ich euch zeigen möchte, ist in diesem Video auf jeden Fall die aufwendigste. Und zwar möchte ich eine 3D-Karte machen und da gibt es einige Vorlagen, die ihr euch im Internet ausdrucken könnt. Und ich habe das Ganze dann auf meinen Karton gepaust sozusagen und mir auch einige Hilfslinien gezeichnet. Und ich habe das Ganze dann auf meinen Karton gepaust. Und später dann einfach die Buchstaben nach außen gedrückt und die Karte nach innen geklappt. Ich glaube, es ist verständlicher, wenn ihr es einfach seht. Ansonsten findet ihr dazu auch super Anleitungen im Internet und auch Vordrucke, die ihr euch ausdrucken könnt. Ich finde die Karte an sich schon so wunderschön. Aber ich habe mir gedacht, dass ich das Ganze nochmal auf einen Bastel- bzw. Motivkarton klebe. Einfach um der Karte noch ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Aber wie gesagt, ich finde es auch ohne ganz schön. Und natürlich habe ich hier noch einen Text draufgeschrieben und das ausgeschnitten Herz finde ich auch super schön. Tada! Fertig ist eure 3D-Karte, die ihr jetzt per Post an eure Mama schicken könnt. Zu der nächsten Variante, die ich euch zeigen möchte, hat mich eine Zuschauerin inspiriert. Denn ich hatte über Instagram angefragt, dass ihr mir eure Inspirationen schickt, eure Ideen oder eure Pinterest-Fotos. Und eine liebe Followerin hat mir das hier geschickt, was sie letztes Jahr ihrer Mutter geschickt hat. Und ich fand es richtig, richtig süß. Und ich wollte es jetzt nicht genauso nachmachen, weil ihr seht ja hier das Beispiel. Ihr könnt es mir wieder so machen. Oder in der Art und Weise, wie ich das jetzt mache. Oder in der Art und Weise, wie ich das mache. Kommen wir nun zur letzten Inspiration für euch. Und die mag ich echt auch super gerne. Und ich werde das zunächst auch nochmal zeichnen. Und zwar sagt man ja oft oder schreibt man oft so Sprüche, du bist die beste Mama der Welt. Und ich dachte mir, wieso male ich dann keine Welt? Da ich aber nicht wirklich das aus der Hand so zeichnen könnte, habe ich mir einfach eine Vorlage aus dem Internet gespiegelt ausgedruckt. Und dann, weil ich kein Pauspapier hatte, einfach die Technik angewandt, dass ich das Ganze mit Bleistift gemalt habe, beziehungsweise die Umrandung markiert habe und dann umgedreht. Und mit einem Kuli. Kuli muss sein, weil der ist ein bisschen fester als ein Bleistift. Das Ganze nochmal nachgezeichnet von der Kontur her. Und dann habt ihr später euren leichten Abdruck, an dem ihr euch später beim Ausmalen orientieren könnt. Und ich bin mir sicher, ich habe da irgendeine Insel vergessen oder irgendeine Landzunge, zu viel oder zu wenig gemalt. Aber darauf kommt es ja jetzt heute hier nicht an. Ich glaube, die Message ist klar am Ende. Und ich finde es wirklich super schön, wenn das Ganze dann auch noch mit Wasserfarben ausgemalt ist. Ihr könnt aber auch einfach nur die Umrandung nachziehen. Ich fand es aber, wie gesagt, mit Wasserfarben ein bisschen schöner. Den Spruch habe ich euch ja schon verraten und den Händ plättere ich jetzt noch auf die Karte und zwar mit Brushpans. Ich hoffe sehr, dass euch meine Inspirationen gefallen haben und alles, was ich jetzt gezeigt habe, könnt ihr natürlich auch auf den Vatertag abwandeln. Und ich muss mich da selber auch mal ein bisschen schimpfen. Irgendwie geht das immer ein bisschen unter. Ich glaube, Muttertag ist einfach so ein bisschen kommerzieller. Schade, aber vergesst die Väter nicht, liebe Leute. Ich hatte ja am Anfang des Videos angekündigt, dass ich noch einen Rabattcode für euch habe. Und zwar handelt es sich um das Produkt Briefmarke Individuell. Das habe ich in einem meiner letzten Videos auch schon mal gezeigt. Hier seht ihr, was ich daraus gemacht habe. Die einfachste Version ist, die Briefmarken mit Fotos zu versehen und zu individualisieren. Und eine weitere Möglichkeit ist natürlich, dass ihr was malen könnt, so wie ich es hier gemacht habe und auch hier eure eigenen Briefmarken entwerfen könnt. Ihr könnt jetzt mit dem Rabattcode Muttertag 10% sparen. Alles dazu schreibe ich euch nochmal in die Infobox und beantwortet mir mal bitte die Frage, ob ihr noch zu Hause wurdet und ob ihr es schafft, immer eure Mütter, eure Väter am Muttertag und Vatertag zu sehen oder ob ihr auch froh seid, dass ihr das Ganze per Post erledigen könnt. Ja, ich hätte es auch lieber anders und ich wäre gerne ein bisschen näher, aber ich bin froh, dass ich so wenigstens die Möglichkeit habe, liebe Grüße zu versenden. Das war es von diesem Video. Ich verlinke euch hier noch zwei weitere Kreativvideos von mir. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo und wenn ihr die Glocke aktiviert und dann sehen wir uns ganz bald wieder in einem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.